ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Du, ich habe gerade Mittagspause und eine Frage wegen des Aufzugs. Ich komme echt nicht draus. Du, sorry, es ist gerade schlecht. Ich bin gerade am Velofahren. ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Äh, was? Unter einer Woche? Ja, weisst du, ich arbeite nächsten Samstag und habe heute frei. Es ist super schönes Wetter und es hat fast keine Leute. So schön wie du möchte ich es auch mal haben. ARD Text im Auftrag von SWISS TXT